Das ist doch Oscar Wilde, verdammt doch mal! Mr. Wilde! Ich hab dich was gefragt, Oscar. Brennt die Flamme denn immer noch? Ich schrieb, als ich nichts über das Leben wusste. Und jetzt, wo ich es kenne, gibt es nichts mehr zu schreiben. Sie schätzen das Stück fast genauso sehr, wie ich selbst es tue. Nehmen wir uns ein Zimmer. Siehst du, ich kann dich glücklich machen. Keine Aussteuer einer Exil-Schwuchtel ist vollständig ohne ein signiertes Porträt der großen Witwe. Er hat sie auch verletzt, nicht wahr? Ich bin ganz allein, ich habe niemanden! Ich bin doch hier! Wo haben Sie denn Ihre Seidenstrümpfe gelassen, Oscar? Sie gehen zu weit, Sir! Ich verurteile Sie zu zwei Jahren Zuchthaus. Die Künstler, Poeten, deine alten Freunde, was ist mit Ihnen? Sie sind im Nebel verloren gegangen. Sie denkt, dass wir zusammenleben, ist ein Skandal. Meine ganze Existenz ist ein Skandal. Ihr Scheiße, haben wir alles genommen? Da ist nichts mehr zu holen! Was wollt ihr denn, mich töten? Ich bin schon tot! Welch große Hoffnungen wir hegten. Aber ich war schon dem Untergang geweiht. Ich kämpfe auf Leben und Tod mit dieser Tapete, Robbie. Einer von uns muss weichen. Das ist die Semj形. Ich bin Doc's. Und hier ist es ein unduren Drister. Hast du kommaesc mit spray?